Ja warum eigentlich? Weil wir stark sind. Und immer ein offenes Ohr haben. Weil gemeinsam mehr geht. Mehr Urlaub, Übernahmegarantie und Mietkostenzuschuss. Dank der EVG. Zuschuss zu Lernmitteln, Laptop, Brille, alles dank der EVG, aber weil wir für alle da sind. Weil wir nicht klein beigeben. Mit uns bestimmt Stubu die Reise hingeht.